Musik Hallo Leute und willkommen zurück zu Ninja Guiden, sorry für den Fail am Anfang Ah, wir waren ja hier, stimmt Oh mein Gott, soll ich das save? Da fängt's schon an, ey Da muss ich hin, da muss ich hin, okay Save Äh, das könnte eventuell Kommt drauf an, wie gut ich bin Kommt jetzt auf mein Skill an, könnte eventuell der letzte Part sein Weil ich hab mir angeguckt, wie viele es gibt Und wir haben noch drei weitere Stages vor uns Aber ich wette, die schaffen wir nicht Das heißt, das ist bestimmt der vorletzte Part Weil ich schon zu dumm bin für diese Stelle hier, Mann Und zwar muss man das einfach so machen Nein Boah, wie übel ist das denn Nein Boah, was ist denn in euren Köpfen kaputt gegangen Jetzt erlern Ernsthaft Nein Nein Scheiße Oh, Leute, ich woll Oh, wie unfair Nein Geh weg Ja, ist von Zelda Großmeister geklaut Nein Nein, Leute, nein Ja, und ich hab einen Fehler gemacht Ist klar Wie soll man das schauen? Das geht nicht Das geht nicht Ja, nein Moment mal Moment Mal Nein Boah Ach komm, wir machen von neu Ist mir egal Ist mir egal Es ist so hart Das ist so hart Und zwar versuche ich jetzt Und zwar versuche ich jetzt echt überall nichts zu verlieren Weil das einfach übel ist So Zack Nein Nein Dann save wir hier Okay, dann machen wir so Drücken auf save Ja Und dann machen wir Leute, was ist hier los? Ich versteh das nicht Oh Oh, 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 oh Ich hab dich nicht gesehen Nein Nein Okay Nein Ey, das ist nicht dein Ernst Okay Okay Okay, so viel Leben hab ich nicht verloren Oh mein Gott Stopp Wartet mal kurz Ich werde gerufen Bin wieder da Keine Ahnung Ob man mit diesem Aufnahmeprogramm Kann man bestimmt schneiden Auf jeden Fall Kann man damit schneiden Camtasia Kann man bestimmt schneiden Okay Oh mein Gott Ach so hast du dir das gedacht Okay Oh Ja Natürlich Ich muss es so machen Ist es dein Ernst? Ja, es ist anscheinend Zack Ey, ich werde wahnsinn Oh, Leute Nein 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 Boah, ich muss da drauf und schlagen Bist es dein Ernst? Ich werde wahnsinnig Ich werde wahnsinnig Warum? Ich kann die scheiße Musik nicht mehr hören, ey Immer dieses Mann, warum hast du dich geschlagen? Du scheiß Roter Ninja, Mann Okay, der ist nicht rot Der ist lila, ja gesagt Nein 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 Ey, die wir spawnen jetzt nicht, ne? Oh, du dreckiger Du dreckiger Luft Nein, ey, du Okay 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 Oh Nein Wie habe ich das gemacht? Oh mein Gott Ich verliere zu viel Leben, ey Ich muss ja noch dran denken Ich brauche die Leben Boah, kann man Slowdowns machen? Nein Ey, weißt du was, du Du behinderter Schweinesack, ey Was ist los mit dir? Warum machst du sowas? Safe Das müsste reichen Das Level ist gestört Yes Yes, yes, yes Nein, wir kommen zur Behindertenstelle, ne? Nein Da kann ich mich noch gut auf den letzten Part erinnern Dass das nicht lustig war Ah Und wie soll ich das machen? Wie hast du dir das gedacht? Oh Man kann die Kerzen kaputt machen Ja Das hätte ich früher wissen Alter 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 Wie gut war das denn? Aber jetzt ist es wieder scheiße Boah, nee Boah, nein Mit Sicherheit nicht Boah, das kann ich Das kann Oh mein Gott Oh, oh, oh Oh, oh Ich habe letztens so lange für die Stelle gebraucht Ich habe so lange für die Stelle gebraucht Und das auf gar keinen Fall der letzte Part Jetzt hat der mir wieder die Scheiße da versaut Oh, Leute Das ist nicht mehr schön Das ist nicht mehr schön Sorry Aber dieses Spiel erfordert solche Reaktionen Weil es einfach komplett gestört ist Mann Ist gut Du springender Hybrid, Alter Wow Oh mein Gott Nee Wie lange nehme ich eigentlich auf? Ich habe keine Ahnung Boah, egal Ich mache das Level heute Ich mache es heute Ah, da muss ich warten Ich habe es halt nicht so mit dem Warten Nein Da wird scheiße So, zack Save Na, zack Zack Was habt ihr euch dabei gedacht, liebe Entwickler? Also Ich hoffe, ihr habt nicht gedacht Ihr seid lustig Denn diese Scheiße Beweist das absolute Gegenteil Ey, hier musst du Ein Knopfmensch sein Hier musst du so schnell Ey, hier musst du so schnell drücken Das Alter Boah Ninja Gaiden Okay Okay, warte Wir machen das So Wow Boah Der Hammer, Bruder Guck mal Der glitscht sich da weg Ja Na Oh, das funktioniert Das kann ich machen Das kann ich machen Warte Kann ich doch nicht Ich erreiche nicht die Plattform Das darf nicht wahr sein Oh, nein Jetzt ist er wieder da Verdammt Oh Was war das denn? Alter Nein Ich möchte kein Leben verlieren Keine Ahnung, was jetzt kommt Ich hoffe Nichts derart behindertes Ich nehme alles zurück Warte So Und dann Okay Nein Nein Oh 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 Nein Leute Wir haben es geschafft Oh Unfassbar Oh 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 Bis zum nächsten Part Leute Im nächsten Part Machen wir dann Die Stage Bis zum nächsten Mal Leute Tschüss